Man muss doch irgendwelche Hinweise haben. Hä? Ich bin nur einen einzigen Schritt nach vorne gegangen. Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt bin ich irgendwo auf dem Boden wieder. Ja, eine Fackel. Aber wir haben kein Feuer. Wir brauchen die Fackel nicht, weil wir eine Fackel auch im Inventar haben. Wir bräuchten halt Wir bräuchten halt sowas wie sowas wie Feuer bräuchten wir, ne? Okay. Was blinkt denn hier? Eine Fackel. Wir haben eine Fackel. Hoch. Okay, wir klettern gerade. Und hier gibt es Feuer. Ein Feuerstab. Ein Feuerstab wollte doch der Dings haben, ne? Der eine Krog aus dem Wald, oder? Ich meine schon. Jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen, ne? Aber auch nicht viel. Ähm, ein bisschen mehr sehen wir jetzt wenigstens. Fakt sich halt nur wo hier dieser Schrein ist, wo wir hin sollen. Okay. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon, dass wir schon ganz richtig sind hier. Ups. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind nicht so verkehrt. also ich würde jetzt erst mal so davon ausgehen, dass der Schrein sich vermutlich ziemlich in der Mitte befindet hier von dem Wald, oder? da ist eine Gugel, aber ich höre auch irgendwas. Moment mal. Das sollten wir uns mal von hier irgendwie ansehen. Ähm, ich nehme mal, nein, ich nehme mal die Fackel zur Hand. Ja, viel mehr Licht macht die Fackel jetzt aber auch nicht. Oh, shit. 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 Ist das so? Ach, du Scheiße. Das ist wieder sowas. Ah. Wo muss die Kugel hin? Wo muss die Kugel hin? Ich will nur wissen, wo die Kugel hin muss. Mehr will ich gar nicht. Ach, da. Wir müssen den nicht besiegen. Nein, nein. Das klappt schon so. Jo, jo. Okay, nice. Schön. Cool, dass das geklappt hat. Wir versuchen ihn natürlich trotzdem zu besiegen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wobei wir da halt auch wieder viele... Ähm... Obwohl, wir schnappen uns erst den Schrein und dann versuchen wir ihn zu besiegen. Wobei wir halt dafür auch wieder... richtig viele... Oh Gott, ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß nicht, wo lang. Äh, Pfeile verblenpern würden. Hi Panda, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Wir aktivieren erst mal den Schrein. Und dann will ich ihn eigentlich gerade nicht besiegen. Weil... Wir nicht genug Pfeile haben, um ihn wirklich besiegen zu können. Das ist halt das Problem an der Sache gerade wieder. Ich muss echt mal irgendwie schauen... Dass wir irgendwie... Dass wir irgendwie Pfeile farmen oder sowas. Das wäre halt mal echt nicht verkehrt. So. Ein antiker Reaktorkern. So langsam könnten wir auch mal bei Gelegenheit... zu dem einen Institut zurückkehren und mal gucken, ob wir uns nicht schon antike Rüstung craften könnten. Ich glaube... Wir könnten so langsam schon genug Zeugs haben, dass wir uns davon was herstellen können. Und nur noch ein Zeichen der Bewährung. Dann können wir uns schon wieder einen Herzcontainer holen. Das wäre nice, wenn wir das heute noch schaffen würden. Marcel, wann hattet ihr denn... Wann wollen wir denn los? Wann wollen wir denn los? Wann wollen wir denn los? Wann wollen wir jetzt hier noch irgendwie wieder raus? Wann wollen wir jetzt hier noch irgendwie wieder raus? Das Problem ist halt, ich würde ganz gerne hier noch abklappern. Ach, stopp. Wir nehmen... Wir nehmen... Wir nehmen die Fackel mit. Der Riese scheint wohl wieder zu schlafen. Das ist gut für uns. Und dann versuchen wir... Hier irgendwie rauszukommen. Ah, ich darf nicht sprinten mit der Fackel. Ich vergesse das immer. Hinter dem Schrein versuchen wir... Ja, wir versuchen hinter dem Schrein hier rauszukommen. Mal gucken, ob das klappt. Aber auf der Karte sieht das so aus, als ob da irgendwo eine... Okay, es geht nicht. Also, ob da irgendwo eine Brücke eingezeichnet war, sah so aus. Aber wir kommen da gar nicht so lang. So. Oh, shit. Hier drin gibt es noch ein Rätsel. Wir müssen... Hier drin gibt es noch Fackeln, die wir anzünden sollen. Als ob. Und zeigen die vielleicht in die Richtung, wo die nächste Fackel ist, die man anzünden soll. Oh, ich könnte mir halt echt vorstellen, dass es nochmal einen Krock oder irgendwas gibt, wenn man hier alle Fackeln anzündet, ne? Oder irgendeine Belohnung. Hier ist auf jeden Fall noch eine. Hier ist noch eine. Wir versuchen es jetzt mal auf Anhieb. Und wenn es nicht klappt, dann ist das nun mal so. Aber ich werde jetzt keine Stunden lang hier drin rumlaufen und Fackeln suchen, die man anzünden kann. Ah, da ist aber noch eine. Noch mehrere. So. So. Weil wer weiß, wie viele es wirklich noch gibt. Da unten ist noch eine. Hier. Wäre natürlich echt supergeil, wenn wir alle finden würden direkt, aber ich glaube da nicht dran. Nein, jetzt ist die Fackel aus. Okay. Nicht schlimm. Marcel, bist du da? Warum ist denn er jetzt wach geworden? Okay. Planänderung. Wir machen einen Abgang. Da. Wann wollen wir denn los? Oh. Hier sind auch noch Fackeln. Ja, sehr schön. Hier gibt es bestimmt noch richtig, richtig viele Fackeln überall. Keine Ahnung. Und ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Ihr seid ready? Okay, dann mache ich noch so eine Viertelstunde. Und dann, äh... Ja, oder? Oh. Ja, eine Viertelstunde mache ich dann jetzt noch. Und dann können wir uns fertig machen. Komme ich jetzt hier wieder raus? Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Das ist ultra scheiße. Dann Planänderung. Kümmern wir uns jetzt noch um die Erinnerung. Wir kümmern uns jetzt noch um die Erinnerung. Und dann mache ich für heute Feierabend. Also, im Südosten des Stalls soll diese Erinnerung sein. Die Erinnerung möchte ich auf jeden Fall noch haben. Das heißt, hier ist der Stall südöstlich davon. Ja, das müsste doch hier oder vielleicht hier irgendwo. Oder hier so. Ähm... Und zwar geht es hier rum. Um dieses Bild. Darum geht es. Darum, darum, darum geht es. Sehr gut. Lisa hat Hunger. Okay. Wie gesagt, Viertelstunde noch. Und dann die Erinnerung hier. Und dann machen wir Schluss. Aber die möchte ich halt jetzt halt echt noch ganz gerne finden. Er sagte südöstlich von dem Stall, hat er gesagt. Also, ich schätze mal hier so vielleicht. Oder hier. Es könnte... Ja, von der Entfernung her könnte es... Nee. Nee, das sieht einfach komplett anders aus, ne? Da könnt ihr mir jetzt auch mal gerne helfen mit der Erinnerung. Wenn ihr ungefähr wisst, wo könnt ihr mir das dann mal gerne sagen. Aber südöstlich ist ja jetzt hier. Ja. Oder meint ihr vielleicht auch hier irgendwo? Also, Panda hat zwar gesagt, die Erinnerung... Oder ich weiß nicht, war das Panda? Irgendjemand meinte vorhin, die Erinnerung ist einfach. Aber ich weiß gerade echt nicht, wo die sein soll. Vielleicht ist die auch da drüben. Komm. Wir gucken uns einmal hier um. Vielleicht ist die auch... Aber nee, das kann nicht sein. Das sieht ja... Das sieht komplett anders aus auf dem Foto. Das kann nicht da oben sein. Das kann das nicht sein. Das ist Quatsch. Wäre ich doch von hier... Also, ich... Marcel, hast du eine Idee, wo das sein könnte? Es ist ja sehr grün. Bäumchen, Steine... Auf jeden Fall auf Wiese mit weißen Blümchen. Auf jeden Fall auf einer Wiese mit weißen Blümchen. Das sehe ich hier halt nirgendwo. Und es muss ja auch etwas erhöht sein. Na toll. Tja, auf einer Wiese mit weißen Blümchen. Also so sehe ich das zumindest. Na? Wiese mit weißen Blümchen und Bäumchen. Aber die Bäume, die hier stehen, die sehen auch schon wieder ganz anders aus als der Baum. Das ist so ein Baum hier, ne? So einer ist das. Wiese mit weißen Blümchen. Das muss irgendwo hier sein. Weil auf der anderen Seite da... Das war ja der Wald der Crocs. Da haben wir ja alles abgeklappert. Das muss irgendwo hier was mit zu tun haben. Hmm. Ja, ansonsten gucken wir dann halt noch mal uns jetzt hier noch mal um. Wenn wir da nichts finden sollten, dann verschieben wir das doch noch auf den nächsten Stream, ne? Hier ist so ein Bäumchen, aber das passt hier alles nicht. Und hier sind wir meiner Meinung nach aber auch schon wieder zu tief. Da, da, irgendwas passt da doch ganz gewaltig nicht, oder? Ich glaube, wir sind hier komplett verkehrt. Im Südosten von dem Stall, das muss hier irgendwo sein. Weil von den anderen Gebieten, da wo wir an den Stall immer nach den Erinnerungen gefragt haben, war das nie so weit entfernt. Wenn er gesagt hat, nordöstlich hiervon, südlich hiervon, was auch immer. Das war nie wirklich sehr weit entfernt. Hier ist auf jeden Fall Wiese und hier fangst schon mal. Ich weiß, wir sind Blümchen an, auch wenn das andere Blümchen sind. Ja, das sind nur so, so, ja, so kleine, viele sind das, ne? Nein. Ja, ich weiß, wir laufen gleich runter. Ich weiß, ich weiß, dass ich in der falschen Richtung, in die falsche Richtung laufe. Ich weiß. Hier kann es doch irgendwo sein. Auch von der Höhe und sowas her, oder nicht? Das kann doch hier irgendwo sein. Ich halte jetzt die ganze Zeit noch so ein Bäumchen da ausschau. Nee, wir müssen mal weiter in die Richtung jetzt. Hm. Das sind aber zu viele Steine hier. So viele Steine sind nicht auf dem Bild. Komm, ey. Oh, no, 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 no Nehmen wir die Fackel, so. Ne, jetzt gehen wir wieder, jetzt gehen wir wieder eindeutig zu tief. Er hat ja gesagt, südöstlich von dem Stall. Vielleicht hier hinten. So, das ist jetzt hier hinten der letzte Ort, den ich absuche. Dann speichere ich da und beende den Stream. Dann machen wir ein andermal weiter. Haben wir die Erinnerung leider dann doch nicht mehr geschafft. Aber, ne, das kann es nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Okay. Wir porten uns zu dem Stall zum Schreien und dann machen wir Ende für heute. Das kann es nicht sein. Müssen wir, müssen wir halt beim nächsten Mal, ähm, die Erinnerung suchen. Kurz bei Eltern drüben, okay. Ops, speichern wir nochmal. Und dann, danke schön für den Stream, dass ihr dabei wart. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Follows, die reinkamen. Und dann, ja, wann genau es weitergeht, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Aber ich hoffe, dass wir uns dann in den nächsten Streams auch wiedersehen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Vermutlich sehen wir uns morgen wieder. Ich bin mir nicht sicher. Und dann, ciao und habt noch einen schönen Tag. Bye, bye.